Guten Morgen. Ich habe einen Termin mit einem Berater für Arbeitslosengeld. Guten Morgen. Ich habe einen Termin mit einem Berater für Arbeitslosengeld. Guten Morgen. Ja, das bin ich. Guten Morgen. Ja, das bin ich. Bitte haben Sie einen Sitzplatz und lassen Sie mich, Ihren Namen und Ihre Personalien haben. Bitte haben Sie einen Sitzplatz und lassen Sie mich, Ihren Namen und Ihre Personalien haben. Ja, mein Name ist Max Mustermann und ich bin vor kurzem arbeitslos geworden. Ja, mein Name ist Max Mustermann und ich bin vor kurzem arbeitslos geworden. Okay, Max. Können Sie mir bitte erzählen, welche Art von Arbeit Sie suchen und welche Erfahrungen Sie haben? Okay, Max. Können Sie mir bitte erzählen, welche Art von Arbeit Sie suchen und welche Erfahrungen Sie haben? Ich suche eine neue Arbeit. Ich habe in der IT-Branche gearbeitet und habe Erfahrungen mit der Softwareentwicklung und Programmierung. Ich suche eine neue Arbeit. Ich habe in der IT-Branche gearbeitet und habe Erfahrungen mit der Softwareentwicklung und Programmierung. Ich suche eine ähnliche Position in einem Unternehmen. Ich suche eine ähnliche Position in einem Unternehmen. Verstehe. Haben Sie schon Bewerbungen verschickt? Verstehe. Haben Sie schon Bewerbungen verschickt? Ja, ich habe einige Bewerbungen verschickt, aber noch keine Antwort erhalten. Ja, ich habe einige Bewerbungen verschickt, aber noch keine Antwort erhalten. Okay, ich kann Ihnen einige Stellenangebote von Unternehmen in Ihrer Branche zeigen. Okay, ich kann Ihnen einige Stellenangebote von Unternehmen in Ihrer Branche zeigen. Ich kann Ihnen auch Empfehlungen geben, wie Sie Ihre Bewerbung verbessern können. Das wäre super. Vielen Dank. Das wäre super. Vielen Dank. Ich spreche fließend Englisch und habe einige Projekte in meinem letzten Job geleitet. Das ist sehr gut. Es gibt einige Stellenangebote, die Englischkenntnisse erfordern. Ich werde Ihnen eine Liste schicken. Das ist sehr gut. Es gibt einige Stellenangebote, die Englischkenntnisse erfordern. Ich werde Ihnen eine Liste schicken. Vielen Dank. Ich schätze Ihre Hilfe. Vielen Dank. Ich schätze Ihre Hilfe. Haben Sie noch weitere Fragen oder Nein. Das ist alles. Danke. Nein. Das ist alles. Danke. Okay. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück bei Ihrer Jobsuche. Okay. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück bei Ihrer Jobsuche. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Wenn Sie wiederholen, bleib werden Sie gerne z сим-tüc Calledisch. Vielen Dank. In der Regel. Huysagen. Cody hat mich. Healter. Beuter�� gut. свидet Wong. Sobrest du dich haben. Untertitelung des ZDF, 2020